Diese Studien besagen, dass E-Autos umweltschädlich sind. Stimmt das? Wie ist die echte Ökobilanz heutiger Elektroautos und was hat es mit den Batterien auf sich? Willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier. Klickt jetzt auf Abonnieren, wenn ihr keine Science-News und Experimente mehr verpassen wollt. Los geht's! Wusstet ihr, dass General Motors bereits 1996 sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht hat? Das Auto hieß Saturn EV1, also EV1, steht für Electrical Vehicle One und hätte laut Meinung diverser Fachkreise die Automobilindustrie revolutionieren können. Schon mit der ersten Generation Batterien schaffte man immerhin 130 Kilometer, bevor das Auto wieder geladen werden musste. Und der elektrische Induktionsmotor wies außerdem nur ein einziges bewegliches Teil auf und galt so mangels Verschleiß als quasi wartungsfrei, doch dann passierte etwas Merkwürdiges. GM rief alle ausgelieferten Elektroautos zurück und ließ sie verschrotten. Was veranlasste GM zu diesem Schritt? Glaubt man verschiedenen Quellen, dann hat tatsächlich die Erdöl-Lobby eine richtige Kampagne gegen diese Elektroautos gemacht und versucht das Ganze zu unterbinden. Und dabei das Argument genutzt, ein erhöhter Stromverbrauch, der dadurch entsteht, dass man Elektroautos nutzt, würde dazu führen, dass wir noch mehr Kohlekraftwerke brauchen, was dann tatsächlich die Luft wieder verpesten würde. Ob diese PR-Kampagne wirklich der Grund ist, dass es diese Rückrufaktion gab, ist nicht ganz klar. Und wir haben GM geschrieben, aber tatsächlich haben sie uns nicht geantwortet. Kein Wunder, dass sich um diese merkwürdige Rückrufaktion etliche Verschwörungstheorien ranken. Wenn es in den 90ern also schon ein serienmäßiges E-Auto gab, das so fortschrittlich war, wieso fahren wir heute nicht alle Elektroautos? Haben die Kritiker tatsächlich recht und E-Autos sind eine Sackgasse? Wie ihr sicher mitbekommen habt, gibt es zurzeit regelmäßig Kritik an E-Autos und ich habe mir diese Studien und Argumente mal vorgeknöpft und will sie überprüfen. Ganz unvoreingenommen und tatsächlich auch mit dem Gedanken, dass ich mich möglicherweise von der einen oder anderen Seite überzeugen lassen kann. Grundsätzlich lassen sich drei große Kritikpunkte ausmachen. Erstens, die Batterieproduktion ist sehr umweltschädlich. Zweitens, der Rohstoffgewinn für die Batterien zerstört die Natur. Und drittens, der Energieaufwand beim Aufladen ist viel zu hoch. Okay, Punkt 1, die Batterieproduktion. Oft hört man ja, dass die Batterieproduktion für E-Autos super aufwendig ist. Eine viel beachtete schwedische Metastudie von Mira Romar und Lisbeth Dahlhoef, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, vertritt diese Position. Sie rechnen vor, dass bei der Produktion eines Akkus für ein Tesla Model S mit 100 Kilowattstunden allein durch die Produktion der Batterie 17 Tonnen CO2 ausgestoßen werden und bis zu 18.000 Kilowattstunden Energie benötigt würden. Beim Verbrauch von 8 Liter Diesel pro 100 Kilometer müsste man 80.000 Kilometer fahren, um auf denselben Ausstoß zu kommen. Klingt erstmal ziemlich krass, aber mit dem Model S von Tesla wurde das E-Auto mit der größten Batterie ausgewählt. Vom Model S abgesehen gibt es eigentlich kaum E-Autos, die wirklich eine so große Batterie benutzen. Gerade erschwingliche Autos, die haben alle nur eine halb so große Batterie. Damit verbessert sich die CO2-Bilanz eines Elektroautos natürlich deutlich. Außerdem zeigt die Untersuchung selbst, dass der Strommix des Produktionsstandsorts das Gesamtergebnis stark beeinflusst. Stammt der Produktionsstrom sogar aus erneuerbaren Energien, wie es Tesla-Chef Elon Musk ja für seine Gigafabriken immer behauptet, würde sich der Vorteil der Elektroautos nochmal deutlich verstärken gegenüber dem Verbrenner. Und ich habe mich daraufhin was gefragt. Wie hoch ist eigentlich der Energieaufwand für die Herstellung von Verbrennungsmotoren? Und wie hoch ist der Verbrauch, um überhaupt den Sprit herzustellen? Also, ich habe erstmal recherchiert und das ist wirklich krass. Laut GMS Datenbank und dem Department of Energy in den USA werden in einer Raffinerie rund 1,5 Kilowattstunden für die Erzeugung eines Liters an Kraftstoff benötigt. Für den Durchschnittsverbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometern kämen allein an dieser Stelle mehr als 10 Kilowattstunden zusammen. Dies würde ausreichen, um mit einem Elektrofahrzeug 50 bis 80 Kilometer weit zu fahren. Und hier geht es nur um die Herstellung des Kraftstoffes. Hinzu kommen ja noch Förderung und Transport und die ganzen ausgeschossenen Schadstoffe, wenn das Auto dann fährt. Die südeuropäische Pipeline, die von der Hafenanlage in Marseille ins Rhein-Neckar-Gebiet verläuft und diverse Raffinerien mit Rohöl versorgt, die braucht zum Beispiel riesige Pumpen und zwar 34 Stück, die eine Leistungsabnahme zwischen 1600 und 2200 Kilowatt haben. Der Jahresverbrauch soll bei 100 Gigawattstunden liegen. Also hier eine kleine Beispielrechnung. Der durchschnittliche Stromverbrauch eines Elektroautos liegt inklusive Ladeverlust bei 17,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Bei 12.500 Kilometern pro Jahr also bei knapp 2200 Kilowattstunden. 100 Gigawattstunden entsprechen 100 Millionen Kilowattstunden. Dieser Stromverbrauch entspricht dem Verbrauch von mehr als 45.000 Elektrofahrzeugen. Und das ist nur eine Pipeline. Viele weitere durchziehen Europa, Asien, die ganze Welt. Der Stromverbrauch ist enorm. Zweitens, der Rohstoffgewinn für die Batterien ist auch umweltschädlich. Das hier ist Salar de Uyuni. Mit mehr als 10.000 Quadratkilometern die größte Salzpfanne der Erde. Der Ort liegt in Bolivien und beherbergt den zentralen Rohstoff, der für die Herstellung von Batterien für E-Autos benötigt wird. Lithium. Eine ARD-Dokumentation hat sich vor allen Dingen mit dem Lithium-Abbau im Norden Argentiniens ausgefasst und gezeigt, was das für schlimme Auswirkungen für die Natur und auch für die dort lebenden Menschen hat. Durch das Abpumpen der salzhaltigen Sohle sinkt der Grundwasserspiegel und das sorgt dann dafür, dass sie in den Städten Probleme mit dem Trinkwasser haben. Also, um eine Tonne Lithium zu erhalten, ist je nach Konzentration der Sohle eine Menge von 0,4 Millionen bis 2 Millionen Litern erforderlich. Das ist auf jeden Fall eine extrem hohe Summe und hier kann man also sagen, okay, es stimmt tatsächlich, dass wahrscheinlich die Produktion dieser Batterien starke Auswirkungen auf die Umwelt hat. Was man aber nicht ganz vergessen sollte ist, dass auch Öl starken Einfluss auf die Natur hat, auf die Menschen hat und teilweise auch auf ganze Länder. Kritikpunkt Nummer 3, der Energieaufwand beim Aufladen. Zurzeit liegt die Nachfrage an E-Autos in Deutschland bei unter einem Prozent. Aber jetzt stellt euch mal vor, das E-Auto setzt sich wirklich durch und überall müssen plötzlich Autos aufgeladen werden. Kann unser Stromnetz überhaupt so viel Strom bereitstellen? Auch an diesem Thema scheiden sich die Geister. Unter anderem hat Harald Lesch in einem Terra X Video die Rechnung aufgemacht, dass das Stromnetz niemals die Leistung liefern könnte, um das Aufladen aller Akkus zu garantieren. Lesch sagt, dass die bereit gehaltene Kraftwerkleistung dazu um das Fünffache von derzeit 68,5 Gigawatt auf 350 Gigawatt gesteigert werden müsste. Also ich liebe Lesch und es gibt in Deutschland wirklich keinen, der wissenschaftlich so viel vermitteln kann. Aber ich habe tatsächlich bei der Rechnung doch etwas gestutzt. Lesch geht bei seiner Rechnung nämlich davon aus, dass eine Million Elektroautos gleichzeitig an eine Schnellladesäule mit 350 Kilowatt angeschlossen werden müssen. Aber die Vorstellung, dass eine Million Schnellladesäulen mit 350 Kilowatt in Deutschland überhaupt bereitgestellt werden müssten, ist völlig absurd. Die meisten Autos würden nämlich zu Hause über Nacht geladen werden. Und zwar viel, viel langsamer und mit viel weniger Leistung als 350 Kilowatt. Außerdem wird vorausgesetzt, dass ein Elektroauto alle zwei Tage rund 175 Kilowattstunden nachlädt. Das würde eine Fahrleistung von 150.000 Kilometern im Jahr ergeben, was ziemlich unrealistisch ist. Denn mehr als 40.000 Kilometer im Jahr fahren nur zwei Prozent der Deutschen. Wie viele Deutsche kommen dann überhaupt auf diese 150.000 Kilometer im Jahr, wenn man nicht gerade beruflich LKW fährt oder so? Es ist daher kein Zufall, dass die Energieversorger bislang keine Probleme für ihre Netze erwarten, wenn es künftig viel mehr Elektroautos geben sollte. Das hat beispielsweise der Stromriese E.ON längst bestätigt. Okay, das klingt jetzt erstmal danach, als wären E-Autos super. Und ich finde E-Autos auch ziemlich cool. Aber es gibt eine Sache, die regt mich extrem auf. Fast alle großen Autokonzerne verkaufen zwar mittlerweile E-Autos, aber das sind dann meistens oder zumindest oft so riesige SUVs, die aufgrund ihres hohen Leergewichts eine absurde Menge an Energie verbrauchen. Zum Beispiel der Mercedes EQC oder der Audi eTron kommen auf ein Leergewicht von 2,5 Tonnen. Und trotzdem werden sie von den Firmen als ökologisches Meisterwerk gepriesen. Grundsätzlich zählt für Autohersteller übrigens die durchschnittliche Flottenemission. Um weiterhin schwere SUVs mit hohem Kraftstoffverbrauch verkaufen zu können, produziert die Autoindustrie also noch schwerere Elektro-SUVs, was dann die Bilanz der Flotte reduziert. Denn tatsächlich ist es so, dass bei der Klimabelastung die Produktion und der Betrieb nicht mit eingehen und Elektroautos so als Null-Emissionsfahrzeuge gelten. Und dieses Greenwashing müsste meiner Meinung nach auf jeden Fall verboten werden. Aber insgesamt ist es so, dass es tatsächlich ziemlich schwierig wird, Alternativen zu den Elektroautos zu finden. Und es gibt eine ziemlich spannende Doku der ARD, die ich euch hier mal empfehlen würde. Und da geht es darum, wie E-Mobilität tatsächlich gut funktionieren können, weil in Skandinavien da wird das Ganze schon umgesetzt und zwar ziemlich erfolgreich. Sonst lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, euer Jakob.